Seit über drei Jahren ist das Automuseum in Wolfeck nun unter neuer Führung. Etwas abgespeckt, da viele Raritäten doch nach Oberuldingen oder Unteruldingen umgezogen sind. Die Ausstellung aber mit Schwerpunkten 60er, 70er, 80er Jahren ist erhalten geblieben. Die Museumsleitung bemüht sich sehr, um die Attraktivität des neu geführten Museums weiterzuführen.